Die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich kein Fan davon bin, Menschen oder Berufsgruppen über einen Kamm zu scheren. Die Deutschen, die Ausländer, die Politiker, Punkt, Punkt, Punkt. Das mag ich nicht. Nichtsdestotrotz dürfen und müssen wir die Politik kritisieren. Ich habe eine Idee, wie wir die Politik ein bisschen nahbarer machen. Schließlich sollen es Volksvertreter sein. Ich denke, es wäre schlau, dass Berufspolitiker als Voraussetzung haben müssten, dass sie außerhalb des Politikbetriebes Berufserfahrung gesammelt haben. Ohne Berufserfahrung keine Berufspolitik. Was meint ihr? Gute Idee? Ich bin dein Vater.